hallo liebe christian hör mal sasse hör mal ich finde es total geil dass du hier bist ich soll dir von dem herrn medlock markt medlock was überreicht und zwar er hat super nett mit dir gefunden und zwar den pokal hat mir gegeben du hättest alles super gemacht er wäre super zufrieden und du könntest wiederkommen so sieht es aus also christian ich wünsche dir noch viel spaß